China hat in der Vergangenheit bereits oft Ansprüche auf Gebiete erhoben, die ihnen offiziell nicht zustanden. So beispielsweise 1950, als China Tibet militärisch besetzte und 1951 annektierte, oder Taiwan, das sich selbst als unabhängig sieht, laut der chinesischen Regierung aber eine Provinz Chinas ist. Ende August 2023 enthüllte die Volksrepublik China ihre neue Karte, auf der zahlreiche Gebiete von China beansprucht werden, dem Land jedoch nicht offiziell gehören. Wie das die Weltpolitik beeinflusst und sogar zum Krieg führen könnte, erklären wir dir in diesem Video. China hat aktuell die größte Anzahl offener Territorialstreitigkeiten weltweit. Es erhebt Anspruch auf das gesamte südchinesische Meer, was Konflikte mit Vietnam, den Philippinen, Malaysia, Indonesien und Brunei auslöst. In einem unserer anderen Videos haben wir auch von Chinas Anspruch auf die Bolshoi-Ussurischki-Insel in Russland berichtet, die eigentlich 2008 durch einen Vertrag zwischen Moskau und Peking als geregelt galt. Die meisten Territorialstreitigkeiten auf der neuen Karte betreffen jedoch die Grenzregionen zwischen China und Indien entlang des Himalayas. Diese Grenze ist mit 3.400 Kilometern die längste unmarkierte und umstrittene Grenze der Welt und wird als Line of Actual Control, kurz auch LAC, bezeichnet. Die größte umstrittene Region ist Arunachal Pradesh, ein indischer Bundesstaat, den China vollständig beansprucht und als Südtibet bezeichnet. China erkennt indische Pässe aus dieser Region nicht an, was Indiens Souveränität direkt herausfordert. Die Territorialstreitigkeiten zwischen Indien und China führten 1962 zu einem Krieg. China beanspruchte weite Teile von Aksai-Chin, die von Indien als Teil des Bundesstaates Jammu und Kaschmir betrachtet wurden. Im Oktober 1962 startete China eine groß angelegte militärische Offensive entlang der gesamten Grenze. Die chinesischen Truppen überquerten die umstrittenen Gebiete und griffen indische Stellungen an. Im November 1962 kam es zum Waffenstillstand, doch haben seit den 2010er Jahren mehrmals fast zu weiteren militärischen Auseinandersetzungen geführt. Die neuen Grenzen und die zunehmende Rivalität könnten zukünftig zu schweren Konflikten zwischen den beiden bevölkerungsreichsten Ländern der Welt führen, die beide nuklear bewaffnet sind. Das Wirtschaftswachstum Chinas führte zu einer Zunahme der militärischen Macht und ehrgeizigeren territorialen Ansprüchen, insbesondere gegenüber Taiwan, dem südchinesischen Meer, Indien und Bhutan. Seit Xi Jinping 2012 an die Macht kam, wurde die Außenpolitik Chinas aggressiver, was von Indiens nationalistischer Politik unter Narendra Modi seit 2014 gespiegelt wird. China hat seine Militärausgaben erhöht und modernisiert seine Streitkräfte kontinuierlich. Das schließt die Entwicklung neuer Technologien wie Hyperschallwaffen und Weltraumkapazitäten ein, was zu Bedenken bei seinen Nachbarn und anderen globalen Akteuren geführt hat. In Indien hat Modi und seine Regierung die Förderung seiner starken nationalen Identität und des Hindu-Nationalismus betont, was eine selbstbewusstere Außenpolitik zur Folge hatte. Ein kritisches Gebiet für Indien ist der Siliguri-Korridor, eine schmale Landbrücke, die den Nordosten Indiens mit dem Rest des Landes verbindet. Chinas Kontrolle über nahegelegene Regionen wie das Chumbital und die potenzielle Kontrolle über das Dolan-Plateau in Bhutan verstärken Indiens strategische Verwundbarkeiten. Im westlichen Sektor betreffen Indiens Sorgen Chinas Kontrolle über Aksai-Tien und dessen Nähe zum Siachen-Gletscher, der ebenfalls vom Pakistan beansprucht wird. Indiens Ängste vor einem Zweifrontenkrieg mit China und Pakistan werden durch die enge Beziehung zwischen diesen beiden Ländern, die beide territoriale Ansprüche auf indisch verwaltetes Land haben, verstärkt. Aus Indiens Perspektive ist es entscheidend, die territoriale Integrität Bhutans zu wahren, um weitere chinesische Vorstöße zu verhindern und den Siliguri-Korridor zu schützen. Peking hat wahrscheinlich erkannt, dass die Anerkennung von Indiens Anspruch auf Arunachal Pradesh, um den Grenzstreit endgültig zu lösen und die Wahrscheinlichkeit eines Zweifrontenkrieges zu verringern, territoriale Zugeständnisse an Indien erfordern würde. Das würde bedeuten, auf Arunachal Pradesh und andere umstrittene Gebiete wie Aksai-Chin und Transkarakoram-Tract zu verzichten. China ist jedoch der Meinung, dass es in seiner aktuellen Position keine territorialen Kompromisse mehr eingehen müsse. Auch will China so eine Warnung an andere Länder schicken, mit denen es andere territoriale Streitigkeiten hat, insbesondere im südchinesischen Meer. Sollte China Gebiete an Indien abtreten, würden sich andere Länder wie die Philippinen, Vietnam und Malaysia gegen die chinesischen Ansprüche wehren. Zusätzlich zu den Grenzstreitigkeiten bestehen alte Bedenken und Groll über Indiens Gastfreundschaft gegenüber dem Dalai Lama und der tibetischen Exil-Regierung, die für größere Autonomie oder Unabhängigkeit die Beds lobbyiert. Seit den 2010er Jahren wächst auch die Sorge über Indiens zunehmend enge Beziehung zu den USA. Washington sieht in Indien einen wichtigen geopolitischen Gegenspieler zu China im Indopazifik, was durch Indiens wachsende Bevölkerung, Wirtschaft und militärische Fähigkeiten unterstützt wird. China arbeitet aktuell an der Belt and Road-Initiative, die auch als die neue Seidenstraße bekannt ist, oder One Belt, One Road. Die BRI zielt darauf ab, Handels- und Infrastrukturverbindungen zwischen Asien, Europa und Afrika zu stärken und auszubauen. Chinas größte Investition im Rahmen der Belt and Road-Initiative, der China-Pakistan Economic Corridor, läuft durch das von Pakistan kontrollierte Kashmir, das auch von Indien beansprucht wird. Jede militärische Aktion Indiens in dieser Region könnte den China-Pakistan Economic Corridor und Chinas alternative Ölversorgungsroute gefährden. Darüber hinaus verschärfen die geografischen und militärischen Herausforderungen entlang der tatsächlichen Kontrolllinie die Spannungen zwischen China und Indien weiter. China drängt Bhutan, Gebietsansprüche im Westen anzuerkennen, um seine strategische Position zu verbessern. Dies würde Bhutans Beziehung zu Indien jedoch gefährden, das als wichtiger Verbündeter und Handelspartner gilt. Trotz Bhutanischen Widerstands hat China begonnen, Siedlungen und Infrastruktur in umstrittenen Gebieten zu errichten, um seinen Einfluss auszuweiten. Die Spannungen zwischen Indien und China eskalierten 2017, als chinesische Truppen begannen, eine Straße im umstrittenen Gebiet Doklam zu bauen. Das provozierte Indien, das in der Nähe des Konfliktgebiets eine Militärpräsenz unterhielt und führte zu einem mehrwöchigen Stand-off zwischen den beiden Armeen. Indien intervenierte, um Bhutan zu unterstützen, da Doklam als strategisch wichtig für die Sicherheit der indischen Grenzen im Nordosten gilt. Die Spannungen spitzten sich jedoch 2020 noch weiter zu. Im Mai 2020 führte ein Vorfall nahe dem Pangongsee zu einer massiven militärischen Mobilisierung beider Seiten. Chinesische Truppen verstärkten ihre Präsenz in der Region Ladakh und Indien reagierte mit einer ähnlichen Verstärkung seiner Streitkräfte. Trotz Vereinbarungen aus den 1990er Jahren, keine Schusswaffen in der Nähe der Grenze einzusetzen, kam es im Juni 2020 zu einem gewaltsamen Zusammenstoß in der Galwan-Schlucht. Bei diesem Zusammenstoß wurden mehrere indische Soldaten getötet und es gab auch Opfer auf chinesischer Seite, obwohl China keine offiziellen Zahlen bekannt gab. Der Vorfall von 2020 war besonders brisant, da es das erste Mal seit Jahrzehnten war, dass Todesopfer bei einem direkten Zusammenstoß zwischen indischen und chinesischen Truppen an der Grenze gemeldet wurden. Die Beziehungen zwischen Indien und China waren also schon vor der Veröffentlichung Chinas neuer Karte kompliziert und es ist davon auszugehen, dass Indien seine eigenen Positionen stärker verteidigen und seine militärische Präsenz entlang der LAC verstärken wird. Wenn diese Spannungen sich weiter zuspitzen, wäre ein Krieg zwischen den beiden Ländern durchaus realistisch, eine katastrophale Entwicklung mit weitreichenden und schwerwiegenden Konsequenzen. Denkst du, dass es zwischen Indien und China wirklich zum Krieg kommen könnte? Lass es uns in den Kommentaren wissen und abonniere unseren Kanal, um kein Video mehr zu verpassen.